Hallo und herzlich willkommen, ich bin Digital Detox-Pionierin und Web-Veteranin Anitra Eggler. Heute teile ich mit Dir einen Tipp, der Dir binnen 60 Sekunden ein Leben lang die Kussbilanz optimiert. Und das, auch wenn Du aktuell keinen Partner hast. Wie klingt das? Bist Du bereit? Na dann, Wusstest Du, dass ein durchschnittlicher Bürokrieger 62 Prozent seiner Wachzeit mit Bildschirmen verbringt? 62 Prozent der Wachzeit mit Bildschirmen heißt, in der Zehn-Jahres-Bilanz ein durchschnittlicher Bürokrieger verbringt sechs Jahre und zwei Monate binnen zehn Jahren mit Bildschirmen und, halte Dich jetzt bitte irgendwo fest, nur zehn Stunden mit Küssen. Und jetzt frage ich Dich, wie sieht denn das bei Dir aus? Hast Du schon mal Bildschirmzeit und Kussbilanz gezogen? Frag Dich mal, wen berührst Du lieber? Deine Lieblingsmenschen oder Bildschirme? Und wen berührst Du häufiger? Wem schenkst Du mehr Aufmerksamkeit? Den Menschen, die Du am meisten liebst? Oder Deinem Handy? Und wie fühlt sich das an für Dich? Was macht Dich glücklicher? So ein Besuch in der Insta-Fake-Welt oder Herzzeit mit Deinen Lieblingsmenschen? Und dann Kussbilanz technisch, was bekommst Du lieber? Ein Pussy-Emoji, das in meinen Augen übrigens so aussieht, als hättest gerade einen Schlaganfall überlebt? Oder bekommst Du lieber so einen richtigen Kuss, bei dem man die Augen schließt und sie nie wieder öffnen möchte, weil man will, dass die Zeit in diesem Moment stillsteht. Fragen wie diese waren bei mir vor 15 Jahren der erste Auslöser, mal überhaupt Kussbilanz zu ziehen und meine Bildschirmzeit kritisch zu hinterfragen. Du musst wissen, ich wurde nicht als Digital Detox-Pionierin geboren. Ich war früher Internet-Pionierin. Ich hatte mein erstes Startup Ende der 90er Jahre. Und glaub mir, es ist nicht, dass ich das einfach besser weiß als Du, wie mein Digital Detox. Ich habe nur früher angefangen und ich war vermutlich auch schlimmer als Du und kann deswegen Dein bester Ratgeber sein. Du wirst gleich merken, warum. Als ich zum ersten Mal Kussbilanz gezogen hatte, der Auslöser war auch so eine Studie über die Lebenszeit. Da stand drin, ein Mensch, der 75 wird, verbringt irgendwie über 20 Jahre mit seinem Handy, also vor 15 Jahren und nur ein paar läppische Stunden mit Küssen. Und da saß ich abends da, das war so ein Meeting-Marathon-Tag. Ich war digital völlig erschöpft und saß in meiner Mailbox und wollte anfangen zu arbeiten und lese die Studie und denke mir, oh Gott, wie sieht es denn eigentlich bei mir aus mit meiner Bildschirmzeit und mit meiner Kussbilanz? Und da habe ich kurz nachgedacht und kam drauf, ich brauche gar keine Kussbilanz ziehen. Ich habe nämlich keine. Dafür hatte ich eine exorbitante Bildschirmzeit. Nämlich 90 Prozent meiner Wachzeit, so meine Statistik damals, war mir klar, verbringe ich mit Bildschirmen. Ich bin mit meinen E-Mails ins Bett gegangen. Ich bin mit meinen E-Mails aufgestanden. Kausaler Zusammenhang zur schlechten Kussbilanz, ganz klar. Ich habe mein Handy und meine Mails. Damals, weißt du, vor 15 Jahren waren Mails noch das Ding. Ich habe die mehr beachtet als alles andere. Und das ist sehr unattraktiv für andere Menschen, wenn man häufiger auf Bildschirme schaut als in die Augen des Gegenübers und häufiger mit seinem Handy ins Bett geht als mit seinem Partner. So, das war für mich mein Hallo-Wach-Moment. Ich habe mir gedacht, da will ich was ändern, weil ich fühlte mich, ich war damals Mitte 30, ich fühlte mich schon wie 130 und dachte mir, hey, was sage ich, wenn ich eines Tages in die ewigen Jagdgründe einberufen werde und da gibt es einen Türsteher und der sagt zu mir, und Anitra, wo warst du all die Jahre? Ich sehe nichts von deinem Leben. Ich sehe nur eine riesen Datenspur, die du hinterlassen hast. Ich habe mir gedacht, mein Gott, was soll ich denn antworten? Ja, ich war im Internet mit meinem Handy und habe als E-Mail-Server gearbeitet und für viel E-Mail-Wahnsinn gesorgt. Nee, das wollte ich nicht. In diesem Moment, an diesem Abend habe ich mir gedacht, ich muss an der Kussbilanz arbeiten. Und erster Schritt war, ich wollte einfach dieses Entsetzen mit anderen Menschen teilen, was meine Bildschirmzeit betraf, habe meine Programmierer angechattet im ICQ-Messenger, falls den noch jemand kennt, und habe denen gesagt, Leute, programmiert mal unbedingt einen Lebenszeitrechner. Ich will, dass das ganze Team sich mal anschaut, wie viel Zeit verbringt es mit Bildschirmen, wie viel mit den Lieblingsmenschen und wie viel mit Küssen. Und was heißt das in einem Jahr? Und was heißt das in zehn Jahren? Das war Schritt eins. Also ich habe mal digital outgesourced. Und der zweite Schritt war, ich habe was ganz Analoges gemacht. Das ist auch immer mein Zugang. Weißt du, mir geht es nie um off oder on. Mir geht es immer um online. Online heißt für mich das Beste aus beiden Welten. Das Beste auf dem smartesten und kürzesten Weg digital und das genussvollste und wertvollste Analog in der Fleischwelt. Das ist für mich dieser Online-Zustand. Und damals war das auch schon so. Ich habe den Rechner programmieren lassen und dann habe ich gesagt, so, ich ziehe mal kurz Lebenszeitbilanz und gucke, wo ich stehe. Und ich habe mir ein Blatt Papier genommen und habe da so einen Zahlenstrahl drauf gemalt von 0 bis 100. Ich habe dir das als Vorlage etwas hübscher umgesetzt. Ich zeige dir das mal. Für die Audio-Hörer, es raschelt jetzt mal kurz. Das ist für die, weil ich den Videocast zu sehen. Übrigens Videocast kannst du auf meiner Webseite abonnieren. Ich möchte kurz zeigen, was ich für euch vorbereitet habe. Ich habe hier so eine kleine Vorlage, Lebenszeitrechner, hier Zahlenstrahl und das geht so. Zieh mal Lebenszeitbilanz. Du schaust es an, fragst dich, wie alt bin ich gerade? Achtung nicht, wie alt fühle ich mich gerade? Da ist oftmals ein großer Unterschied. In meinem Fall, ich bin 49. Ich freue mich sehr. Ich habe so eben den 49. Sommer genossen. Hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass ich das schaffe. Das knicke ich weg jetzt auf der linken Seite bei 49. Normalerweise reißt man das weg, damit das so ein bisschen brachialer Akt ist, wo man sagt, das sind die Jahre, die sind vorbei. War schön, ich würde auch alles nochmal machen, aber ist halt vorbei. Reiß es weg. Ich mache das jetzt nicht, damit die Audio-Only-Hörer keinen Reistinnitus bekommen. So. Das heißt, du hast bei deinem Alter links weggerissen. Jetzt schaust du dir positiv gestimmt an. Was glaube ich, wenn ich so weitermache wie heute? Wie lange macht es meinen Blutkreislauf noch? Wie alt werde ich? Ich fühle mich heute relativ fit. Ich würde sagen, ich schaff's. 80. 80 bin ich dabei. Jetzt reißt du auf der rechten Seite bei 80 weg in meinem Fall. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Übrigens auch ein Warnhinheiß. Dieser Lebenszeitrechner sieht harmlos aus, aber macht das nicht, wenn ihr gerade psychisch nicht so gut drauf seid. Weil was du dann in Händen hältst, ist das Leben, das dir laut eigener Prognose die Zeit, die dir noch bleibt. In meinem Fall fünf Zentimeter. Und dann macht das so, wie ich es damals gemacht habe. Ich habe mir dieses läppische kleine Stück Papier an den Badezimmerspiegel gestellt, um jeden Morgen meiner Zeit ins Gesicht zu sehen. Und das hat mich unglaublich motiviert, meinem neuen Motto zu folgen. Kilobyte Konsum runter, neuer Begriff für KB, Kussbilanz rauf. Du brauchst für diese analoge Version der Lebenszeitbilanz 30 Sekunden. Und wenn du das gemacht hast, dann geh mal online. Ich habe den Lebenszeitrechner als Kussbilanzrechner für dich auf meiner Webseite programmiert. Und da kannst du mal ganz genau gucken. Nicht schummeln. Geh wirklich in die Bildschirmzeit-App deines Handys und gib ein, wie viel Handyzeit hast du am Tag? Wie viel Zeit verbringst du mit Lieblingsmenschen? Und wie viel Zeit mit Küssen? Und da kannst du genau gucken, der prozentuale Anteil Handyzeit in deinem Leben, Kusszeit im Leben. Was heißt das in einem Jahr? Was heißt das in zehn Jahren? Und wenn du jetzt sagst, ja Moment mal, Annitra, mag schon sein, dass dann so eine schreckliche Zahl bei mir auch rauskommt. Ich habe zurzeit auch keine Kussbilanz. Ich habe nämlich niemanden. Nicht mal eine Zimmerpalme, die ich küssen könnte und auch kein Corona-Hund und so. Ja, okay, verstehe ich. Erstens, Kussbilanz ist eine Metapher. Kussbilanz steht für mich für die Momente, die so schön sind, dass du dein Handy vergisst. Diese Momente, von denen man nie genug kriegen kann, wenn die Zeit still steht. Und du hast das Gefühl wie bei einem schönen Traum und du denkst dir, bitte lieber Gott, lass mich jetzt nicht aufwachen. Es soll wahr sein. Das ist für mich die Metapher für Kussbilanz. Und von diesen Momenten kannst du auch ohne einen Partner ganz viele haben. Ich sage mal, es beginnt mit Selbstliebe. Wenn du schlechte Kussbilanz hast, dann flute dich mit Selbstliebe. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Das ist extrem wichtig. Warum? Weil das Streicheln eines Bildschirms in deinem Hirn genau dasselbe Liebes-Glücks-Hormon ausschüttet, wie wenn du einen in den begehrenswertesten Menschen der Welt streichelst. Oxytocin heißt dieses Liebes-Glücks-Hormon. In meinen Augen war der smarteste Kuh von Apple nicht die Erfindung des iPhones, sondern die große Genialität und in meinen Augen auch Perfidität liegt im Touchscreen, im Streichelbalken, wie ich ihn gerne nenne. Oder ungern muss man eigentlich sagen. Weil, und das ist besonders für Singles gefährlich. Stell dir jetzt einfach mal vor, bei deiner Handyzeit am Tag, du hast sicher dreieinhalb bis vier Stunden Handyzeit am Tag, indem du am Handy rumstreichelst. Und durch dieses Streicheln wird in deinem Gehirn dieses Liebes-Glücks-Hormon ausgeschüttet. Und hast du auch vier Stunden parallel dazu, wo im analogen Leben dieses Liebes-Glücks-Hormon ausgeschüttet wird? Nein. Das heißt, deine Beziehung zum Handy ist deswegen so intim und dein Handy fühlt sich an wie ein Lebenspartner. Durch diese Glückshormon-Ausschüttung, Liebes-Glücks-Kuschel-Hormon-Ausschüttung Oxytocin bei jedem Mal am Handy rumscrollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstanden haben muss, weil wenn man an seiner Kussbilanz arbeiten will, muss man beginnen, diese Bilanz, diese Liebes-Glücks-Hormon-Bilanz weg vom Handy und wieder zurück in die Fleischwelt zu holen. Zumindest in der Basis, die man als digitale oder Digiloge-Balance bezeichnen könnte. Also, zieh Kussbilanz digital. Zieh eine Lebenszeitbilanz analog. Für beides brauchst du nur 60 Sekunden. Lass dich von den Zahlen schockieren und motivieren. Und dann beginne mit einem großen Selbstliebe-Programm. Das ist ganz einfach. Morgens brecht das Ritual des Smartphone-Zombies nicht erst checken, dann strecken, sondern umarm dich selber. Gib dir Liebe. Denk dir, wow, schön, dass ich überhaupt aufgewacht bin. Umarm dich. Sag dir, schön, dass ich da bin. Geh ins Bad, stell dich vor den Spiegel. Sag dir, ich liebe dich. Und zwar genau so, wie du bist. Ja, Leute, ich weiß. Das ist leichter gesagt als getan. Manchmal stehe ich auch vor den Spiegel und denke mir, oh mein Gott, wer ist die 150-jährige Frau da im Spiegel? Ihr wisst, was ich meine. Es beginnt immer bei einem selber. Ich sage euch was. Nicht die bestgefilterten Selfies machen einem zum schönsten und begehrenstwertesten Menschen der Welt, sondern am schönsten sind doch die Menschen, die am glücklichsten sind. Und wenn du deine Kussbilanz steigern willst, dann fang an, dich glücklicher zu machen und entscheide für das Restleben, das dir laut deiner eigenen Prognose bleibt, wie möchte ich meine Zeit verbringen? Mit Bildschirmen oder mit Momenten, die so schön sind, dass ich die Bildschirme öfters mal vergesse? Das war's für heute. Du findest die Links zu allem in den Shownotes. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende mit ganz vielen Momenten, die so schön sind, dass du dein Handy vergisst. Schalt doch am Montag wieder ein. Starte mit mir in die Woche. Ich habe einen Tipp für dich vorbereitet, einen WorkSmarter-Tipp. Ich schenke dir meine 1-2-3-To-Do-Liste, mit der ich in wenig Zeit ganz viel gebacken kriege. Mach's gut. Bussi statt Busy. Und übrigens, das Bussi-Emoji zählt nicht zur Kussbilanz. Der digitale Kuss, den ich dir gerade zugeworfen habe, natürlich schon. Mach's gut. Bis Montag. Tschüss. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's Stay Online.